Guten Abend auch von mir, schön euch zu sehen und guten Abend auch für alle, die zu Hause sind, mithören. Ja, wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 18. In Kapitel 17 haben wir schon gelesen, dass die Israeliten schon am Horeb angekommen sind und der Horeb wird auch bezeichnet als der Berg Gottes. Das sind jetzt die ganzen Kapitel, wo sie, wo das Volk Israel dort an dem Berg gelagert oder die Lagerstätte aufgerichtet hat, wo sie geblieben sind die ganze Zeit über, wo Gott ihnen begegnet ist, wo Gott ihnen erschienen ist, wo er sich offenbart hat, seinen Bund mit ihnen geschlossen hat, sein Gesetz ihnen offenbart hat. Mose das Heiligtum gezeigt hat, wie es gebaut werden soll, die Stiftshütte, die sogenannte und wo sie gezählt wurden. All das, was wir eigentlich auch die ganzen Offenbarungen zum Heiligtum, zum Priesterdienst im Heiligtum, die Opfergesetze. All das, was dann eigentlich jetzt in den Kapiteln bis 4. Mose 10 ungefähr kommt. Das restliche Buch, zweite Buch Mose, das dritte Buch Mose, das vierte Buch Mose. Dann erst brechen sie von dort auf. Also es ist hier ein längerer Zeit des Verweilens, nachdem sie durch die Wüste gezogen sind für eine, ja noch gar nicht mal so lange Zeit. Ein, zwei Monate vielleicht, drei Monate. Und ja, während sie dort lagern am Berg Gottes, lesen wir jetzt in Kapitel 18, dass sie Besuch bekommen. Und hier schließt sich so ein bisschen der Kreis. Wie gesagt, am Berg Gottes war es, wo Gott Mose das erste Mal erschienen ist, in Kapitel 3. Und dort heißt es in Kapitel 3, Vers 1, Mose aber weidete die Herde Jidrus, seines Schwiegervaters des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Dann lesen wir in Kapitel 3 wird dann davon gesprochen, dass das Zeichen Gottes ist, dass er sie dort an diesen Berg wieder hinführen wird. Wo ist jetzt der Vers? Der ist mir verlustig gegangen. 4 Vers 27, nee. Ja, 4 Vers 27, nicht in Kapitel 3, sondern 4 Vers 27, nee. Moment. 3 Vers 12, doch in Kapitel 3. Da sprach Gott zu ihm, ich werde ja mit dir sein. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. So sind sie jetzt mittlerweile an diesem Berg angekommen und Mose hat ein sicheres Zeichen jetzt schon, dass die Berufung Gottes wahr ist in seinem Leben. Das, was er nie für möglich gehalten hat, dass er, dieser alte Mann, dieser Hirte, dass er zum Pharao, dem mächtigsten Herrscher der damalig bekannten Welt dort im Nahen Osten, dass er zu diesem König hingehen würde und dort ihn dazu bringen würde, dass Volk Israel, das in Sklaverei dort lebte, was Knechte waren in Ägypten, dieses riesige Volk mit sich zu nehmen und hinauszuführen in die Freiheit zu diesem Berg hin. Er konnte sich das nicht vorstellen. Er hat gesagt, Gott, das kann ich nicht. Ich bin unfähig dazu. Wie soll das gehen? Und Gott sagt, ich werde mit dir sein. Und er gibt ihm den Stab in die Hand und sagt, nimm diesen Stab, deinen Hirtenstab und tu diese Wunder, diese mächtigen Zeichen und führe das Volk heraus. Sei der Hirte meines Volkes und führe sie hinaus. Und das, was Mose nicht für möglich gehalten hat, wo er gesagt hat, nee, lass mal, such dir lieber jemand anderes. Gott hat gesagt, nein, ich lasse davon nicht ab. Ja, ich stelle dir Aaron zur Seite, aber du sollst jetzt gehen. Und er musste gehen. Gott hatte ihn gerufen. Und er ist gegangen. Und Gott hat das, was er gesagt hat, was er zugesagt hat, wahrgemacht. Ihr werdet an diesem Berg mir dienen. Und das ist das, wo wir jetzt schon angekommen sind, in Kapitel 18. Und das Interessante ist, dass hier auch wieder auf Jidro Bezug genommen wird. Also Jidro kommt. Wer ist Jidro? Das ist natürlich der Schwiegervater des Mose. Hier steht es ja im Einzelnen Jidro, aber der Priester von Midian, der Schwiegervater des Mose. Wir wissen nicht so viel von ihm. Es kann gut sein, dass er ein Midianiter war, ein Nachkomme von Midian. Midian war ein Sohn einer Frau Abrahams, die er geheiratet hat, nachdem Sarah gestorben war. Und er hat ja noch mehr Kinder gehabt und viele von den kleinen Völkern, die dort gelebt haben. Sie waren Nachkommen Abrahams. Auch das Volk Midian war Nachkommen, das war ein Nachkommen Abrahams. So ist dieser Priester hier, der ist ein Priester Gottes. Er ist ein Priester des Allmächtigen Gottes. Er ist ein Priester des Gottes Abrahams. Das heißt aber nicht, dass er nicht dennoch auch irgendwie in seinem, oder dieses Volk Midian, dass es Gottes auserwähltes Volk war. Gott hat sich ihnen nicht in der Weise offenbart, wie er sich dem Volk Israel offenbart. Der Segen, die Verheißung des Segens, die Landverheißung, all das liegt auf Israel, auf Jakob und seinen Nachkommen. Und auch der Bund, der jetzt geschlossen wird, wird nicht mit Midian geschlossen, sondern mit Israel. Dennoch gibt es in den Völkern drumherum, wie gesagt, die Nachkommen Abrahams, die durchaus auch etwas mitgenommen haben, die sicherlich die Geschichten Abrahams kannten, die Geschichten ihres Vaters, Abraham. Und so hat es sicherlich den einen oder anderen Gläubigen auch in diesem Volk gegeben, Menschen, die gottesfürchtig waren, die Gott geehrt haben. Und so ist er ein Priester in Midian. Und es wird nicht berichtet, dass er jetzt ein Götzendiener war, in dem Sinne. Wir lesen aber im Verlauf des Kapitels, dass er von den Göttern spricht. Aber das haben, davon spricht Mose auch und das Volk Israel. Also etwas, wo sie, sag ich mal, wo ihnen diese Dimension, dass Gott der Schöpfer ist, das war ihnen klar. Dass Gott der mächtige Gott ist, der allmächtige Gott ist, das war ihnen klar. Dass Gott auch, ja, dass es keinen gibt wie ihn. Dass er mächtiger war als alle Götter Ägyptens. Es war ihnen klar geworden, durch das, was passiert ist. Aber es sah sicherlich anders aus, als das, was wir heute, wie wir Gott heute sehen, wie wir Gott heute kennen, so viel, wie Gott sich offenbart hat im Laufe der Geschichte durch die Propheten und dann in höchster Weise durch Jesus. Das hatten die damals alles noch nicht. Aber sie hatten eine Offenbarung Gottes. Sie kannten Gott in dem Maße, wie er sich offenbart hatte. Und wie gesagt, dieser Priester von Midian ist durchaus jemand, der ein Verwandter genannt werden kann hier. Jethro aber der Priester von Midian, der Schwiegervater des Mose. Ja, Mose hatte seine Tochter Zipporah geheiratet. All das steht in Kapitel 2. Dort wird er Reguel genannt. Reguel, der Name bedeutet Freund Gottes. Also es kann eine Art Ehrenname sein, dieser Name Reguel. Jethro hatte alles gehört, was Gott an Mose und an seinem Volk Israel getan hatte, das der Herr Israel aus Ägypten herausgeführt hatte. Also das, was Gott für Wunder tut, das spricht sich rum. Das bleibt nicht verborgen. Jesus sagt das auch. Die Stadt auf dem Berg, sie kann nicht verborgen bleiben. Das, was Gott in deinem Leben tut, das kann nicht verborgen bleiben. Du kannst dich sehr anstrengen und dein Licht unter den Scheffel stellen. Ja, das kannst du machen, aber es ist völlig idiotisch. Es erfordert eine Menge Arbeit, dass, wenn Gott wirklich in dein Leben hineingewirkt hat, wenn er dich herausgerissen hat aus der Knechtschaft in Ägypten, wenn er dich herausgerissen hat aus der Knechtschaft der Sünde, dann muss es eine große Anstrengung sein, eine richtige Idiotie, dass das verborgen bleibt. Nein, die Menschen sehen das. Die hören davon. So sagt Paulus das in dem ersten Thessalonicher Brief. Kapitel 1. Und er spricht davon, er erinnert sich daran, wie hat das alles angefangen. Und dann sagt er in Vers 5, unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Sie waren treue Diener, treue Zeugen des Herrn. Sie haben seine Botschaft weitergegeben, sie haben ihn aber auch repräsentiert in ihrem ganzen Wesen und Wandel. Und der Herr hat Zeichen und Wunder getan. Er hat sein Wort bestätigt, Vollmacht gegeben, Kraft gegeben, dass dieses Wort tatsächlich das bewirkt, wozu es ausgesandt ist. Nämlich Menschen zu befreien, Menschen zu heilen, Menschen aufzurichten, zu erneuern. Und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt, sodass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaia zu Vorbildern geworden seid. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn Erscheuen nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn die Leute selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns rettet von dem kommenden Zorn. Also sie sind an irgendeinen Ort gekommen, wie es so üblich war, Paulus ging zur Synagoge oder zur Gebetsstätte, um dort mit Juden zu sprechen und mit gottesfürchtigen Heiden. Und diese gläubigen Menschen, die sagten, du heißt Paulus? Wir haben von dir gehört, in Thessalonich, was da abgegangen ist. Da haben sich so viele Heiden bekehrt, haben ihre Götzen weggeschmissen und dienen jetzt dem lebendigen Gott. Wir haben davon gehört, wie ihr dort das Evangelium verkündet habt und was das für Reaktionen ausgelöst hat, wie die Menschen ihr Leben geändert haben, was in dem Leben der Menschen passiert ist. Also, die mussten gar nicht erzählen davon. Es bleibt nicht verborgen. Es soll auch nicht verborgen bleiben, Geschwister. Es soll nicht verborgen bleiben. Jesus sagt, stellt euer Licht nicht unter den Schäfe. Lasst euer Licht leuchten. Und das meint nicht, dass wir eine Show abziehen sollen vor anderen. Wir brauchen da eigentlich nichts zu machen, außer, dass wir diesem Drang widerstehen in unserem Fleisch, Menschen zu gefallen, die Gott nicht lieben, die Gott nicht kennen. Und um ihnen zu gefallen, dämpfen wir das Licht in uns. Schließen wir unseren Mund. Das ist das Einzige, wogegen wir kämpfen müssen in dem Ganzen. Gegen unser Fleisch. Gegen die Menschenfurcht. Gegen diesen Trieb in uns anderen wohl zu gefallen. Mehr, als dass wir Gott gefallen. Aber wenn der Geist Gottes in dir lebt, dann hast du eine Liebe zu Jesus. Und dann freust du dich an Jesus und dann möchtest du, dass Jesus bekannt wird. Und dann sprichst du auch von ihm. Aber es geht nicht nur ums Reden. Es geht auch darum, wenn du Jesus nachfolgst, dann merkt man, dass du deine alten Götzen weggeworfen hast. Dass du nicht mehr im Götzendienst verwickelt bist. Dass du nicht mehr in Alkohol- und Drogensumpf drin steckst. Dass du nicht mehr im Glücksspiel drin hängst. Dass du nicht mehr in Computer- und Onlinespielen drin hängst und nicht mehr rauskommst. Dass du nicht mehr bei den Spöttern sitzt, bei den Lästerern. Bei denen, die mobben. Das merken die Leute. Dass du die alten Götzen weggeschmissen hast. Den Hochmut. Den Stolz. Die Habgier. So wie bei Zachäus. Ich zahle alles zurück, was ich veruntreut habe. Und ich gebe die Hälfte meines Geldes den Arm. Woher hat er immer? Genommen. Es war deutlich sichtbar in seinem Leben, seine Bekehrung. Er hat die Götzen weggeschmissen. Das ist deutlich sichtbar in unserem Leben. Und davon wird dann weitererzählt. Die Leute reden dann über dich. Sie reden vielleicht nicht unbedingt gut über dich. Weil sie das nicht gut finden, dass du die Götzen weggeschmissen hast. Ihre Götzen. Aber sie reden darüber. Und das reicht schon. Und dann horcht jemand wie Jidro auf, der auch ein Verehrer Gottes ist. Er horcht auf und sagt, boah, das ist ja krass. Das ist ja cool. Ich will mehr davon wissen. Ich will mehr davon wissen. Was hat Gott da getan? Und dann hatte er natürlich auch ein familiäres Interesse. Aber das ist das erste, was hier als Motivation genannt wird von Jidro. Er hat gehört, was Gott getan hat. Die Wunder Gottes, wie er Israel aus Ägypten herausgerissen hat. Und das hat ihn nicht losgelassen. Ich will davon hören. Ich will das Zeugnis, ich will nicht nur vom Hören sagen. Ich will es direkt hören. Aus Moses Mund will ich es hören. Dann nahm Jidro, der Schwiegervater des Mose, Zipporah, die Frau des Mose mit sich, nachdem dieser sie zurückgeschickt hatte, mit ihren beiden Söhnen. Der eine von ihnen hieß Gershom, weil er gesagt hatte, ein Fremder bin ich geworden im fremden Land. Der andere aber hieß Eliezer, denn er hatte gesagt, der Gott meines Vaters kam als meine Hilfe und hat mich vom Schwert des Pharao gerettet. So kam Jidro, der Schwiegervater des Mose, mit dessen Söhnen und dessen Frau zu Mose in die Wüste, wo er am Berg Gottes lagerte. Merkwürdig hier, Zipporah ist gar nicht bei Mose, sondern sie ist bei Jidro. Das Wort, was hier steht, dass Mose sie zurückgeschickt hatte, kann tatsächlich auch übersetzt werden, er hatte sie entlassen. Das wäre ein Wort für Scheidung. Er hatte sich von ihr geschieden. Es muss aber das nicht heißen. Und es scheint auch nicht besonders logisch, dass Jidro seine Schwiegertochter mitbringt und die Söhne, die später auch in der ganzen Generationenfolge Israels weiter eine wichtige Rolle spielen, dass er sich von ihr hat scheiden lassen. Das scheint tatsächlich nicht der Hintergrund hier zu sein, sondern es scheint tatsächlich eher der Hintergrund zu sein, dass Mose in einer bestimmten Phase nach Kapitel 4 irgendwann Zipporah zu Jidro mit seinen Söhnen geschickt hat. Einfach aufgrund der Herausforderung des Dienstes, in dem er stand. Der Gefahren, wenn man so will. Und jetzt fragt man sich natürlich, gut, Gott hat doch dem Mann eine Frau zur Seite gestellt, damit sie seine Hilfe ist. Auch gerade in diesen schweren geistlichen Kämpfen wäre es doch gut, eine taffe geistliche Frau an seiner Seite zu haben, die einen unterstützt, die einen ermutigt, die einen, ja, vielleicht auch mal irgendwie auf eine persönliche Art und Weise was sagen kann, was sonst keiner zu dir sagt. Eine Zurechtweisung, eine Ermahnung. Aber es scheint eben, wie gesagt, so, dass Mose das getan hat und Zipporah war trotzdem eine unglaublich große Hilfe für Mose. Weil Mose zwei Söhne hatte und er konnte sich nicht um diese zwei Söhne kümmern, während er dem Pharao begegnet ist, während er das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Wer hat es getan? Seine Frau natürlich. Die Mutter. Seine Frau war ihm eine große Hilfe darin, dass sie die Kinder aufgezogen hat in dieser Zeit, sich um die Kinder gekümmert hat. In der Zurückgezogenheit, in der Stille, da wo der Krieg nicht tobte, die Auseinandersetzung nicht da war, da hat sie diesen Dienst getan, der so wichtig war. Vorher hatte sie ja schon den Dienst getan, der Beschneidung, wo Mose versagt hatte. Und jetzt hat sie auch den Dienst der Erziehung der Kinder, der Jungs hier getan. Jetzt kommen sie aber zurück und es ist eigentlich eindeutig, dass sie dann auch bei Mose geblieben sind. Denn am Schluss des Kapitels heißt es nur, dass Jethro zurückkehrte in sein Land. Also das heißt, in dieser krassen, heftigen Auseinandersetzung mit dem Pharao hat Mose seine Frau mit den Kindern in Sicherheit gebracht, wenn du so willst, und hat diesen Dienst ausgeübt. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo seine Frau mit den Söhnen zurückkehrt. Und hier wird nochmal auf die Söhne eingegangen, ihre Namen. Das eine ist der Name Gershom, das hatten wir schon. In Kapitel 2 wird hier einfach nochmal zitiert. Und dann wird in Vers 4 von dem zweiten Sohn des Mose gesprochen hier, Elieser. Und der war schon dabei, als sie ausgezogen sind, nach Ägypten gezogen sind. Und da kommt dann diese merkwürdige Geschichte mit dem Blutbräutigam. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wo plötzlich der Herr Mose überwältigt und er so totkrank wird und dann Zippor eingreift und den Jungen, den einen Sohn beschneidet. Und wahrscheinlich ist es der zweite Sohn, der noch klein war zu diesem Zeitpunkt. Und das ist der Elieser und da heißt es, er heißt Elieser, denn er hatte gesagt, der Gott meines Vaters kam, als meine Hilfe und hat mich vom Schwert des Pharao gerettet. Elieser besteht aus dem Wort El, Gott. Eli heißt mein Gott und Eser heißt Hilfe. Und dieses Wort Eser, Hilfe, das kommt das erste Mal vor im Kapitel 2, wenn Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen. und dieser zweite Sohn wird Elieser genannt, als Erinnerung daran. Ich habe eine Hilfe, nicht nur meine Frau ist meine Hilfe, nein, vielmehr, mein Gott ist meine Hilfe. Mein Gott ist meine Hilfe. So haben wir das auch in der letzten Zeit immer wieder gelesen, wenn wir uns mit 1. Korinther 6 befasst haben, wo es heißt, die dem Herrn angehören, sind ein Geist, die dem Herrn anhaften, sind ein Geist mit ihm, die sind im Grunde mit ihm verheiratet. Diese Hilfe, die eine Frau für einen Mann ist oder auch ein Mann für eine Frau ist, die ist immer begrenzt. Es ist gut, dass Gott mir eine Frau gegeben hat und ich bin dankbar dafür. Sie ist eine wunderbare Hilfe für mich. Aber sie kann nicht das sein für mich, was mein Gott ist. Zipporah konnte Mose wunderbar helfen, indem sie sich um seine Jungs gekümmert hat. Sie konnte ihm aber nicht helfen, die großen Wunder zu tun, um Pharao zu überwinden und das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Der Herr ist unser Helfer. Und das steht auch in Hebräer 13. Hebräer 13, Vers 5 und 6. Der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer. Eliezer, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Wunderbarer Name hatte dieser Junge. Der erste Sohn, ein Fremder. Ich bin ein Fremder in einem fremden Land. Das ist auch eine gute Erinnerung. Wie in Hebräer 11 gesagt wird, die Väter bekannten, dass sie Fremdlinge waren und dass sie eine ewige Heimstätte suchen, dass sie Nomaden sind unterwegs, auf dem Weg. Hier ist nicht meine Heimat. Ich bin ein Fremder unterwegs. Der andere Sohn, Eliezer, mein Gott, ist der Helfer. Der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Diese beiden Söhne kommen jetzt zu Mose und seine Frau und dann heißt es in Vers 6 von Kapitel 18, 2. Mose und er ließ dem Mose sagen, ich, dein Schwiegervater Jidro, komme zu dir und deine Frau und ihre beiden Söhne mit ihr. Da ging Mose hin. Er konnte damals noch keine WhatsApp schreiben, deswegen hat er einen Boten geschickt, um sich anzukündigen. Und er war als Priester von Midian sicherlich nicht ein armer Mann. Er hatte große Herden, sieben Töchter. Er hatte sicherlich, war kein armer Mann und er war auch nicht jemand, der unbedingt, ja, er hatte Verantwortung auch in seinem Land, in Midian. Er war schon ein Oberer, wenn man so will, ein Anführer. Ich, dein Schwiegervater Jidro, komme zu dir und deine Frau und ihre beiden Söhne mit ihr. Da ging Mose hinaus seinem Schwiegervater entgegen, verneigte sich und küßte ihn und sie fragten einer den anderen nach ihrem Wohlergehen und gingen ins Zelt. Also eine wunderbare Begrüßungsszene, so aus dem Orient. Und ja, Begrüßung ist etwas Wichtiges und das ist so, ja, wir müssen jetzt ein ganzes Jahr lang uns schon daran gewöhnen oder uns unsere alten Begrüßungen abzugewöhnen und irgendwie neue Begrüßungsformen zu finden. Aber ich finde das wunderbar, das hier zu studieren. Was ist diese Begrüßungsform? Womit fängt das an? Wie gesagt, der eine kündigt sich an, er überrascht Mose nicht, sondern er kündigt seinen Besuchern, dass er sich darauf einrichten, einstellen kann. Das ist eine schöne Sache. Obwohl auch ein Überraschungsbesuch mal nett sein kann. Und dann geht Mose ihm entgegen. Jemanden zu empfangen heißt ihm entgegen zu gehen. Nicht jemanden sozusagen kommen zu lassen, sondern ihm entgegen zu gehen. Das ist ein Zeichen von Respekt, von Ehre. Umso mehr ist es wunderbar zu sehen, was es bedeutet, dass der Vater dem verlorenen Sohn entgegengelaufen ist. Das ist auch ein Zeichen der Ehre. Ich warte nicht, ich lasse denjenigen nicht. Lass ihn mal kommen. So, die Stimmung. Ich sitze hier auf meinem Thron, ich König und der Untertan, der soll sich mir nähern und der kann sich dann vor mir verneigen. Nein, es ist andersrum. Mose geht Jitro entgegen. Er verneigt sich, obwohl er der Gastgeber ist, obwohl Jitro zu ihm kommt als Besuch. so verhält sich Mose als ob er zu Jitro kommt. Er ordnet sich ihm unter. Das ist sein Schwiegervater. Das ist Respekt vor der älteren Generation. Das ist Respekt vor seinem Schwiegervater. Es ist auch Respekt und Achtung vor diesem geistlichen Leiter. Obwohl er vielleicht nicht den reinen Gottesdienst vertritt, obwohl er nicht Teil des Volkes Israels ist, dennoch zeigt er ihm Respekt und Ehre und Achtung. Es ist derjenige, unter dem er so lange gedient hat. Er hat ja bis ins hohe Alter die Herden Jitros gehütet und auf die Weide geführt. Das waren nicht seine eigenen. Er hatte irgendwie gar nicht die Möglichkeit sich ein eigenes Reich aufzubauen. Er war die ganze Zeit untergeordnet unter diesem Priester von Midian. Mose beugte sich, obwohl er der Anführer des Volkes, dieses riesigen Volkes Israel war, der berufene Anführer, Prophet Gottes in einer Weise, in einer Beziehung mit Gott wie kaum einer vorher und kaum einer nach ihm. Besonders hervorgehoben, herausgestellt. Er hätte sich was einbilden können, er hätte sagen können, dieser Jitro, der bildet sich ein, der große Priester von Midian zu sein, jahrelang habe ich unter seiner Knute irgendwie musste ich ihm dienen, jetzt soll er mal kommen. Nein, bei Moses gar keine Bitterkeit, keine Härte Jitro gegenüber, nein, Respekt, Ehre, Achtung. Das Wort verneigen ist tatsächlich dasselbe Wort, was auch für Anbetung, für Niederfallen, sich beugen vor Gott vielfach benutzt wird. Und weil wir diese Art von Respekt in unserem alltäglichen Umgang mit Menschen nicht mehr zeigen, deswegen fällt es uns so schwer, das Gott gegenüber zu zeigen. Körperlich auszudrücken, aber mit dem körperlichen Ausdruck verlieren wir auch das, was es innerlich ist. Wir sagen immer, ja, ich falle vor Gott, wir singen dann, ich falle auf meine Knie und gebe mich dir ganz hin oder ich bete dich an, Herr vor dir, nee, wie heißt das, Herr, wir knien vor deinem Thron. Das sind so Ausdrücke, wir singen das, weil es auch biblisch ist, weil es Gottes Wort ist, weil es der Heilige Geist ist, der das inspiriert hat, diese Worte. Wir singen das, wir tun es aber nicht. Wir tun es mit unserem Körper nicht, aber was viel schlimmer ist, wir tun es gar nicht in unserem Herzen in dieser Art und Weise, weil wir das gar nicht mehr gelernt haben, weil wir das gar nicht mehr kennen, was es heißt, solch ein großes Maß an Respekt zu erweisen, sich zu beugen. Gott musste mir das letzten Herbst auf eine Weise zeigen, die vielleicht für den einen oder anderen brutal klingt, aber ich hatte eine Blockade im Rücken und das schmerzte total und ich habe mich total verkrampft, es wurde immer schlimmer, es ist dann diese Spirale, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, aber das ist dann wie so eine Spirale, das wird immer schlimmer, immer schlimmer und das geht rasant schnell dann und irgendwann war das so, ich konnte mich nicht mehr aufrichten, ich konnte mich nicht mehr aufrichten, weil das so wehtat, ich wollte mich aufreißen, aber das tat so weh, und dann wieder in diese Schonhaltung rein und ich sackte immer mehr zusammen, Stunde um Stunde, bis ich dann irgendwann die Pillen eingeschmissen habe, die dann den Schmerz weggenommen haben und dadurch ich dann aus dieser Verkrampfung herausgekommen bin, aber ich habe das irgendwo schwirrte das in meinem Kopf rum, irgendwie es kam eigentlich direkt davor hatte ich eine fette Augenentzündung gehabt und brauchte Augensalbe du brauchst Augensalbe du musst dich beugen vor Gott all solche Sachen wir machen das nicht mehr freiwillig wir sind so stolz wir haben es drauf wir wissen Bescheid wir haben unser Leben im Griff aber Mose ist noch lebt noch in einer Kultur wo das gelebt wird diese Zeichen des Respekts vor einer älteren Person wir haben es vorher gesehen bei Abraham als Gäste gekommen sind und er wusste er spürte das sind wichtige besondere Gäste Fremde die da kommen das war Gott selbst aber er wusste es nicht dass es Gott war aber es waren Gäste also ist er ihnen entgegen gekommen und auch er beugt sich als reicher Mann Abraham war ein reicher Mann mit vielen Dienern und er beugt sich vor diesen Gästen und bittet sie in sein Haus er geht ihnen auch entgegen so geht Mose auch hier die Gastfreundschaft seinem Schwiegervater entgegen beugt sich verneigt sich vor ihm und dann steht hier aber auch was wunderbares sie küssen sich und das fand ich auch interessant nochmal zu gucken wie eigentlich gerade am Anfang der Bibel das Wort küssen eigentlich nie fast nie im Zusammenhang mit der Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau gebraucht wird nirgendwo steht dass Adam Eva geküsst hat ja es steht dass er sie erkannte aber das küssen das steht eigentlich fast immer in Familienverhältnissen zumeist von den Eltern zu den Kindern vom Vater zu den Söhnen auch zu den Erwachsenen Söhnen das tun Brüder untereinander so begrüßen sich Brüder untereinander sie küssen sich später auch David und Jonathan Freunde küssen sich und im Neuen Testament grüßt einander mit dem heiligen Kuss ja kulturell macht man das halt in Deutschland anders da gibt man sich die Hand nee das macht man ja auch nicht mehr da tritt man sich mit dem Fuß oder mit dem Ellbogen ich weiß nicht ich weiß nicht ja um dieser Pandemie um unserem nächsten Willen verzichten wir darauf Geschwister aber bald wird wieder geküsst meinst du wenn wir alle geimpft sind mal sehen ja aber wie gesagt das das ist wirklich der Kampf in dem wir uns befinden diese körperliche Ausdruck das macht auch was mit uns wenn wir davon zurück uns zurückhalten dann verlieren stehen wir in der Gefahr die herzliche Zuneigung zu verlieren zueinander da müssen wir ein Augenmerk drauf legen genauso wie das mit der Ehrerbietung der Achtung und der Respekt dass wir uns nicht mehr beugen dass wir den Hut nicht abnehmen dass wir nicht aufstehen all diese Sachen wir machen das alles nicht mehr alles alter Hut alles alter Käse macht keiner mehr heute und was ist die Folge zeigen wir Respekt und Achtung oder ist damit dass wir diese überflüssigen Umgangsformen ad acta legen nicht auch gleichzeitig der Respekt flöten gegangen Lass uns darüber nachdenken dass wir dass wir das kultivieren wie kann ich Respekt zeigen einem Älteren meinem Vater meiner Mutter Ehre Vater und Mutter das ist ein Gebot Gebot Gottes eins erzählen Gebote wie kann ich das machen Herr hilft mir das neu zu begreifen wie kann ich das neu entwickeln ich habe es völlig verloren es ist völlig verloren gegangen wie kann ich Herzlichkeit zeigen wie gesagt in dieser Corona Zeit wie kann ich Herzlichkeit zeigen wie kann ich es verhindern dass diese herzliche Zuneigung zu meinen Brüdern und Schwestern dass das nicht verloren geht gut weiter geht's hier wo bin ich stehen geblieben hier küsste ihn und sie fragten einer den anderen nach ihrem Wohlergehen und gingen ins Zelt ja das fragen sich gegenseitig fragen Interesse zeigen füreinander wie geht's dir nicht nur als Floskel nicht nur als ja na hi wie geht's ok tschüss sondern ehrliches Interesse wie geht's dir gerade was bewegt dich was beschäftigt dich gibt es etwas was dich belastet oder gibt es etwas was was dir gerade richtig große Freude macht dem anderen den Raum geben die Bühne überlassen das ist es nicht die sich selbst in Szene zu setzen mit all dem was mich gerade beschäftigt und jetzt hört mal alle her oder wenn du mein einziger mein einziger mein einziges Publikum bist dann du setzt du dich jetzt mal hin ich muss dir erzählen was ich alles erlebt habe und was mich gerade alles beschäftigt und was mich alles gerade belastet zu fragen hey wie geht es dir dem anderen die Bühne zu überlassen Raum zu geben und zu sagen hey mich interessiert was was du was dir wichtig ist und so geben sie sich gegenseitig Anteil aneinander sie müssen nicht darum kämpfen gehört zu werden kennst du das manchmal wenn du mit jemandem zusammen bist und der erzählt und erzählt von sich selber und du denkst wann komme ich denn endlich mal an die rei wann kann ich denn jetzt mal endlich was sagen diesen Raum geben sich sich gegenseitig diesen Raum geben das ist so wichtig aber dann wenn du gefragt wirst auch Anteil zu geben eben nicht zurückzuhalten und das macht Mose hier er gibt jetzt Zeugnis wunderbar er ergreift die Gelegenheit um den Herrn zu verherrlichen und das was er getan zu zu bezeugen ich war dabei ich habe es gesehen er hat es getan das was du gehört hast das und was du was dir berichtet worden das ist stimmt noch gar nicht ich erzähle es dir im Einzelnen wie es gelaufen ist so ist es dann gewesen da ging Mose hinaus Quatsch und Mose erzählte seinem Schwiegervater alles was der Herr am Pharao und an den Ägyptern um Israels Willen getan hatte er erzählte seinem Schwiegervater alles das war so großartig ja die hatten Zeit also die waren jetzt auch nicht so im Stress ja sich Zeit nehmen dafür für ein Gespräch Geschwister ist so wichtig sich Zeit nehmen Anteil zu geben Anteil zu nehmen ist wichtig nehmt euch Zeit für einen Hauskreis auch wenn es nur online ist nehmt euch Zeit mal jemanden anzurufen auch am Wochenende oder so nehmt euch die Zeit es geht man kann es man kann es online machen man kann es per Telefon machen man kann tatsächlich auch mal sich mit einem treffen einen Spaziergang machen und dann austauschen erzählen und sich gegenseitig ermutigen und das ist das was hier geschieht Mose teilt das Wirken des Herrn er sagt er erzählt ihm alles was der Herr getan hatte er erzählt nicht von seinen großen Taten sondern er erzählt von Gottes großen Taten dann erzählt er all die Mühsal die ihnen auf dem Weg begegnet war er verheimlicht auch nicht die Nöte die Herausforderungen die Prüfungen durch die sie gegangen sind dass sie plötzlich nichts mehr zu essen hatten dass sie nichts mehr zu trinken hatten dass dann ziemlich viel Gemurre aufgekommen ist im Volk dass sie schon so verwirrt waren dass sie eigentlich gesagt haben wir wollen alle wieder zurück er redet von den Schwächen von seinen eigenen und von den Schwächen des Volkes und dass der Herr sie gerettet hatte und das ist auch Teil des Zeugnisses hier ja wir waren schwach wir sind in Nöte hineingekommen aber Gott hat uns auch aus diesen Nöten wieder gerettet und dieses der Herr ist mein Helfer er hat uns gerettet 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 immer und immer wieder so sagt Paulus es auch wir sind in eine riesige Not gekommen 2. Korinther 1 wo wir schon am Leben verzweifelten wir hatten schon das Todesurteil in uns empfangen wir wussten da kommen wir nicht mehr lebend raus und Gott hat das zugelassen damit wir nicht auf uns selbst vertrauen sondern auf ihn der sogar die Tod lebendig machen kann und er hat uns dann gerettet und dann sagt Paulus er wird uns auch weiterhin retten er ist immer unser Retter das ist sein Name Jesus unser Retter also er sagt er hat um Israels Willen hat er Ägypten gestraft und hat uns herausgeholt und dann sind wir in alle möglichen anderen Probleme und Nöte hineingekommen in alle möglichen Prüfungen und er hat uns wieder rausgerettet und nochmal rausgerettet und wieder gerettet da freute sich Hydro über all das Gute das der Herr an Israel getan hatte dass er aus der Hand der Ägypter gerettet hatte er freut sich das bringt Freude wenn du einem Menschen der am Glauben interessiert ist der Gottes fürchtig ist der Interesse an Gott hat wenn du dem von den Wundern Gottes in deinem Leben erzählst wenn du einem Bruder einer Schwester von dem erzählst was Gott in deinem Leben das bringt Freude es macht Bock und es führt noch zu mehr es führt zum Lobpreis Jidro sagte gepriesen sei der Herr der euch gerettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharao der das Volk gerettet hat unter der Hand der Ägypter hinweg nun habe ich erkannt dass der Herr größer ist als alle Götter denn worin sie vermessen handelten das kam über sie also Jidro hat hier eine tiefere Gottes Erkenntnis das Zeugnis des Wirkens Gottes führt ihn dahin noch mehr zu erkennen wer Gott ist es erweitert seinen Horizont wenn du so willst ist das nicht so als wir von Bernhard gehört haben hat das nicht deinen Horizont mal wieder geweihtet ja du wusstest dass Gott der allmächtige Gott ist und dass er die kranken gesund machen kann ja und du glaubst auch dass er tote lebendig gemacht du hast es zwar noch nie erlebt aber du glaubst es ja aber wenn man das so live miterlebt und dann das Video sieht von Bernhard der dann sagt ja durch Gottes Gnade bin ich noch am Leben das erweitert dein Gottesbild deine Gottesvorstellung das vertieft deine Kenntnis vom Herrn du lernst Gott noch mehr kennen das ist was wunderbares lass uns das echt machen von dem zu erzählen was Gott in unserem Leben tut die kleinen und die großen Dinge wie er uns gerettet hat wie er uns rettet wie er uns immer und immer wieder rettet dass wir erkennen dass Gott größer ist dass du brauchst die Götzen nicht mehr du brauchst die Götzen nicht mehr und ja wir wissen das und wir haben die Götzen aber manchmal tendieren wir wieder dazu manchmal lassen wir uns wieder verleiten uns wieder zu verlassen auf etwas was wir eigentlich schon längst weggeschmissen haben und die Zeugnisse die helfen uns die bestätigen Gott ist immer noch derselbe heute so wie gestern und du kannst ihm genauso vertrauen wie damals als du angefangen hast hör nicht auf lass die Götzen in Ruhe die sind sowieso nichts wert sie wurden gerichtet und das steht hier dass er Jidro begreift dass dieses Gericht über Ägypten das ist gleichzeitig ein Gericht über die Götter Ägyptens war dass sie damit gerichtet wurden dass Gott ein Urteil gesprochen hat über sie und sie vorgeführt wurden sie wurden regelrecht vorgeführt lasst uns da noch zwei ein Vers im Neuen Testament zu lesen dann können wir gleich zum Abend mal übergehen denn das passt so schön hier zu dem Vers 12 darauf nahm Jidro der Schwiegervater des Mose ein Brandopfer und Schlachtopfer für Gott und Aaron und alle Ältesten Israels kamen um mit Moses Schwiegervater vor Gott ein Mahl zu halten wir dürfen jetzt auch gleich ein Mahl halten hier wir dürfen auch Gott anbeten in diesem Mahl die Ehre geben das Schlachtopfer das ist nicht ein Tier was wir opfern sondern das lebendige Opfer unseren Leib auf den Altar gelegt aufgrund der Barmherzigkeit Gottes gebe ich dir mein Leben wieder neu heute Abend gebe ich es dir wieder neu ich stelle dir mein Leben wieder neu zur Verfügung ich will dich anbeten von ganzem Herzen will dir die Ehre geben will mich beugen vor dir will dir die Ehre geben Gott weil du mein Retter bist weil du mein Retter warst weil du immer mein Retter sein wirst Lass uns zum Schluss jetzt noch Kolosser 2 lesen und Vers 14 und 15 Christus hat den Schuldschein gegen uns gelöscht den Entsatzungen bestehenden der gegen uns war und er hat ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft indem er ihn ans Kreuz nagelte er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt in ihm hat er den Triumph über sie gehalten Jesus Tod am Kreuz ist genau das nochmal in größerer tieferer vollmächtiger vollständiger Weise geschehen Gott hat alle finsteren Mächte hat den Teufel und seine Dämonen vorgeführt das was den Menschen getrennt hat der Teufel hat am Anfang den Menschen von Gott getrennt durch die Versuchung zu sündeln die Menschen wir alle sind zu Sündern geworden zu Übertretern und der Teufel hat uns zu seinen Sklaven gemacht aber dann hat Christus ihn vorgeführt indem er ganz schwach wurde und sich hat kreuzigen lassen selbst zur Sünde geworden ist die Sünde im Fleisch wurde hingerichtet verurteilt am Kreuz von Golgatha und der Teufel dachte das ist mein Triumph den Sohn Gottes er ist fertig aber in diesem Tod hat er den Preis bezahlt für uns alle hat er uns alle freigekauft und dadurch hat er den Triumph errungen über den Teufel und über alle Mächte der Finsternis die uns versklavt hielten jetzt sind wir frei durch Jesus unseren Retter danke Herr dafür danke für deine Rettung dein Heil ja segne du jetzt das Mal was wir halten in Erinnerung an das was du für uns getan hast Amen Amen Vielen Dank.